Herzlich willkommen zu diesem Produktvideo in vier Akten featuring Calcium QuickTerm, CheckTerm und Publishing. Worum geht es? Es geht darum, wie man Thermologie-Management im Unternehmen aufziehen und zum Funktionieren bringen kann. Die vier Akte sind die folgenden. Wir starten mit dem Akt des Verwendens. Wie kann man im Unternehmen Thermologie verteilen und damit auch Wissen verteilen? Weil Thermologie natürlich sehr viel mit Wissen zu tun hat und mit Wissensvermittlung. Wie kann ich Thermologie suchen? Wie kann ich Thermologie vor allem auch finden? Und was bedarf es dazu? Es bedarf auf der einen Seite ein Bewusstsein zu schaffen im Unternehmen für die Bedeutung von Thermologie, dass es Thermologie überhaupt gibt, was es bedeutet, wenn ich sie nicht verwende und im Idealfall auch Kollaboration zu fördern, denn Kollaboration stärkt auch die Akzeptanz. Im zweiten Schritt muss Thermologie natürlich verwaltet werden. Was bedeutet das? Nun, jemand muss die Thermologie bearbeiten, muss sie aktuell halten, muss die Thermologie verwalten, es bedarf eines Thermologie-Managements und das Ganze bedingt natürlich auch Prozesse, Workflows, klare Zuständigkeiten, in der heutigen Welt wahrscheinlich virtualisierte Prozesse, effiziente Prozesse. Der dritte Schritt ist dann natürlich die Einhaltung der Thermologie im Unternehmen. Das bedeutet eine Prüfung auf korrekt verwendete Thermologie bei der Erstellung des Textes und das natürlich in allen Sprachen, also in der Ausgangssprache, in der die Texte erstellt werden, direkt in den Editoren natürlich, aber auch in der Übersetzung. Was braucht man dafür nun? Man braucht eine linguistische Prüfengine, wieso, zeigen wir ihnen dann im dritten Akt und im Idealfall auch integriert direkt in die Umgebungen, in denen die Autoren schreiben. Für Gelegenheitsanwender bietet sich natürlich auch eine Browser-Integration an, damit die IT nicht auf tausenden Arbeitsplätzen bestimmte Tools installieren muss, sondern man diese einfach im Browser prüfen kann. Und zu guter Letzt auch noch die Verteilung der Thermologie. Verteilung bedeutet, Thermologie möglichst nah an den Benutzer heranzubringen, dass dieser nicht in eine andere Oberfläche wechseln muss oder zumindest diese Oberfläche möglichst nah ist mit einem Mausklick. Verteilen bedeutet direkt in die Systeme hinein integrieren oder Daten an die Systeme liefern, damit diese selbst die Thermologie visualisieren können. Das alles steigert die Akzeptanz und damit natürlich auch den Wert der Thermologie. Starten wir beim ersten Akt. Thermologie verwenden. Was Sie hier sehen, ist eine Möglichkeit, wie Sie Ihren Benutzer auf Ihrer Thermbank begrüßen können. Was uns sehr wichtig ist, wir möchten eine Schnittstelle liefern zum Benutzer, die nicht auf den ersten Blick abschreckend wirkt, sondern vielleicht sogar einladend wirkt. Da möchte ich ein bisschen herumforschen, da möchte ich mich damit beschäftigen. Das Ganze ist natürlich sehr stark anpassbar an die CI Ihres Unternehmens auch, damit man sich gleich wie zu Hause fühlt, als wäre das praktisch einfach nur eine Erweiterung des ganz normalen Intranets. Wir haben also hier alles anpassbar, natürlich so einen kleinen Willkommens-Text. Wir haben hier die Möglichkeit, so Einträge der Woche zum Beispiel zu schalten. Das machen unsere Thermologie-Teams auch sehr gerne. Man kann sich das vorstellen, so wie als Thermologie-Instagram-Account. Ich poste hier immer wieder Dinge, wo Leute vorbeikommen können und auch kurz etwas lernen können und zum Beispiel, ich weiß nicht, einmal im Monat einfach so aktiv in der Thermbank vorbeikommen, um mal zu schauen, was hat sich so alles getan, weil wie gesagt, Thermologie hat sehr viel mit Wissensvermittlung und Wissenserwerb auch zu tun. Man kann das einen Schritt weiter treiben auch noch. Wir haben die Möglichkeit, hier zum Beispiel Thermologie-Quizzes zu schalten. Hier ein Beispiel, das uns freundlicherweise immer von der Firma KTM zur Verfügung gestellt wird, die sehr viel mit diesen Thermologie-Quizzen arbeiten. Und ich kann hier mit ein paar schlauen Fragen relativ schnell und spielerisch vermitteln, warum ist Thermologie wichtig? Jeder hat gedacht, er weiß, was MSC bedeutet, aber leider nein. Genormt ist es nämlich etwas anderes. Ich kann hier natürlich dann auch erklären, warum das so ist und was das genau ist etc. und habe damit sofort wieder etwas sehr sehr praktisches für eigentlich meinen Berufsalltag gelernt. Oder auch so etwas, was relativ einfach ist, aber es soll ja auch ein bisschen motivierend sein, so ein Spiel. Oder auch so eine Frage, die nicht direkt etwas mit Thermologie zu tun hat, aber mit Wissenserwerb. So etwas muss man als KTM-Mitarbeiter einfach wissen. Und natürlich, es war 1978 mit 10.000 Kilometern und ein bisschen noch Zusatzinformation, im Eigeninteresse natürlich ein bisschen werben, aber sowas muss man einfach wissen, sowas interessiert. Oder auch zum Beispiel so eine ganz uneigennützige Frage aus der technischen Doku. Brauchen wir überhaupt Bedienungsanleitungen? Ich glaube nein. Ups, doch, wir brauchen natürlich schon Bedienungsanleitungen. Und dann kann ich auch noch meine Ergebnisse absenden und vielleicht an einer Verlosung teilnehmen. Also man sieht, sehr spielerisch, sehr niederschwellig. Genauso möchten wir Thermologie eben vermitteln. Selbstverständlich kann ich auch einfach suchen. Also wenn ich jetzt beispielsweise einen ganz bestimmten Motor oder den Modellnamen vielleicht von einem ganz bestimmten Motor suche, dann steige ich vielleicht irgendwo ein. Ich weiß leider nicht genau, wonach ich suchen soll, weil sonst würde ich ja nicht suchen. Ich steige mal ein beim Zweitaktmotor, gebe den also hier einfach ein und schaue dann, was er dazu findet. Und ich sehe da ein Beispiel sehr interessant. Gleich mal, okay, Zweitaktmotor ist eigentlich gar nicht erlaubt, soll so geschrieben werden. Ich erkenne hier auch, was das überhaupt ist. Ja, es gibt ein bisschen eine Definition. Es gibt ein kleines Video dazu, was mir das Ganze erklärt. Ich kann das auch anders darstellen. Ich mache da mal ein bisschen mehr Platz. Ich könnte das zum Beispiel auch so darstellen. Das ist ein bisschen mehr benennungsorientiert, wie das vielleicht ein Gelegenheitsbenutzer eher erwarten würde, als dieses klassische Konzept orientierte untereinander sozusagen. Aber beides hat seine Vor- und Nachteile. Aber man kann ja auch ganz, ganz einfache Style jetzt hinterlegen, wo es nur darum geht, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Ganz wesentlich in unserem System sind auch die Concept Maps. Das heißt, die Möglichkeit, Begriffe miteinander zu verlinken und in ein Begriffssystem einzufügen, weil mit diesen Concept Maps kann der Benutzer sich jetzt relativ leicht das gesamte Wissensumfeld auch erschließen. Wir haben ja gesagt, wir möchten nach eigentlich einem Modellbezeichnung suchen und sind halt hier zufällig bei Zweitaktmotor eingestiegen, erkennen aber auch, aha, okay, das ist ein Verbrennungsmotor. Spannend. Es gibt aber offensichtlich nur irgendwie ein Zylindermotoren im Zweitakt. Ich glaube gar nicht, dass das das ist, was ich suche. Dann kann ich einfach mit Doppelklicken eine Ebene hinaufspringen. Wir haben jetzt hier immer nur eine Ebene angezeigt. Das lässt sich natürlich einstellen. Wenn man größere Bildschirme hat, kann man auch mehr Ebenen anzeigen. Und ich sehe dann eben, okay, Verbrennungsmotor. Es gibt offensichtlich auch andere Motoren. Ja, klar, ganz, ganz wichtig. E-Bikes sind im Kommen. Natürlich gibt es auch Elektromotoren, aber wir wollen auf der Verbrennungsschiene bleiben. Viertaktmotor scheint mir jetzt daher das Richtige. Und ich glaube tatsächlich, das, was ich suche, ist ein Einzylinder-Viertaktmotor. Und dann bin ich eben bei der Modellnummer LC4 angelangt. Danach habe ich eigentlich gesucht. Sehr, sehr praktisch, um sich Wissen zu erschließen, um zu lernen und um einfach zu erkennen, okay, wie hängen diese Begrifflichkeiten miteinander zusammen. Besonders für den Gelegenheit, ich benutze etwas ganz, ganz Wichtiges, eben für den Wissenserwerb. Einen kleinen Schritt weiter geht das noch über die Taxonomie. Also wenn ich überhaupt nicht weiß, wonach ich suche, dann kann ich das hier auch so ein bisschen vordefinieren und kann sagen, okay, was findest du denn eigentlich alles in unserer Termbank? Hier nur eine ganz, ganz kleine Taxonomie. Was gibt es denn bei uns für Produkte? Das ist jetzt aus einer anderen Demo-Termbank, klarerweise. Bei uns kriegt man also Tische, Türen oder so Befestigungselemente und dazu zählen Schrauben, Kleber und Nägel. Und ich kann jetzt sagen, okay, mich interessieren konkret Schrauben. Was gibt es denn dazu alles? Und dann erkenne ich, aha, okay, es gibt also hier eine Schraube mit verschiedenen verbotenen oder auch nicht immer erlaubten Benennungen. Was gibt es da für Arten von Schrauben? Oder ich kann dann auch auf die Schraube hinauf navigieren beispielsweise und erkenne, okay, woraus besteht denn überhaupt eine Schraube? Und auch das wieder eine Kombination aus Concept Map, navigieren innerhalb des Begriffssystems, lernen, verstehen und eben dem Vordefinieren durch die Taxonomie. Zu guter Letzt auch noch Interaktivität und Kollaboration, also gerade wenn ich zum Beispiel bei der Augenschraube kurz bleibe, danke, zum Beispiel die Möglichkeit hier auch Feedback abzusenden. Also ich kann mich an das Terminologie-Team wenden und kann beispielsweise sagen, beim Englischen fehlt aber das Bild, kann also hier sagen Feedback senden. Zum Thema Eyebolt kann ich jetzt sagen, da fehlt das Bild und schicke das hier einfach ab. Ich könnte auch gleich eins mitschicken, wenn ich gerade eins habe und schicke jetzt hier mein sehr hilfreiches Feedback ab. Oder eine andere Anwendung, wenn ich jetzt beispielsweise hier mal umschalte und sage, ich suche jetzt nicht auf Deutsch, sondern ich suche mal in den verschiedensten Englischs. Und zwar suche ich nach der Thin Slap Casting Plant, einer meiner Lieblingsausdrücke. Und ich finde den nicht in der Termbank. Es gibt zwar einiges andere dazu. Jetzt habe ich das gelöscht. Thin Slap Casting Plant. Versuchen wir das nochmal. Da sollte ich das eigentlich nicht finden. Genau. Aber was ich jetzt machen kann, ist, ich kann sagen, ich möchte das aber beantragen. Ich bin, keine Ahnung, Konstrukteur, technischer Redakteur, Übersetzer. Ich brauche das definiert und ich brauche das in sieben Sprachen. Dann kann ich das hier beantragen. Potenziell könnte ich es auch in mehreren Sprachen gleich beantragen, wenn ich es auf Deutsch auch gleich mitliefern kann. Kann hier auch Zusatzinformationen geben oder zum Beispiel weitere Synonyme noch hinzufügen. Auch dieses Dialog fällt natürlich stark konfigurierbar, je nachdem, was ich meinen Benutzer zumuten will. und kann dann hier eben noch sagen, brauche das schnell, wie immer. Dann noch den Rechtschreibfehler korrigieren. Dann schicke ich das ab und damit bin ich schon in der Kollaboration und das bringt mich dann auch gleich weiter zum nächsten Akt.